32 Sätze und das hast du dir selbst ausgeschlossen. Die Mega-Torte. Auch nicht. Servus die Wadeln. Heute ist ein klasse Tag, nämlich... Michels Geburtstag. Viel Spaß beim Vlog. Wieder ein Jahr älter. Servus. Jetzt gibt es mal einen guten Magerquark mit 150 Gramm Heidelbeeren, 2 Spieleier und natürlich die Mega-Torte. Mach das geil. Ja, wir haben jetzt einmal ausgiebig gefrühstückt und ein bisschen gezockt. Das Wetter passt heute wunderbar. Wir gehen jetzt noch ein bisschen einkaufen und danach schauen wir zu Karl ins Studio. Da wird es ein Special-Trainingsprogramm heute geben für den Geburtstag und ja, wir nehmen euch mit. Filmen das Ganze ab. Viel Spaß. Nach einem ausgiebigen Besuch von einem schwedischen Möbelhaus sind wir jetzt wieder zu Hause angekommen. Wir waren beide noch beim Chinesen Essen und haben einen ziemlichen Glutamat-Schock. Deswegen legen wir da so Fahrt daher. Und ja, wir werden jetzt trotzdem noch mit Karl trainieren gehen. ein ordentliches Rückentraining für euch abfilmen und eventuell gibt es noch einen Kaffee. oder einen Pre-Workout-Booster für mich. Wenn wir mal sehen. Ja, für mich gibt es jetzt noch einen Every Workout. 2 Scups kommen da rein. 250 Milligramm Koffein, also nicht zu heftig. Ich habe den Geschmack Mango-Maracuja echt gut und ja, wir werden schauen, dass wir ein schönes Rückentraining jetzt abliefern. Servus lieber allen. Heute feiern wir im Michi sein 32. Geburtstag. Das heißt aber gleichzeitig 32 Sätze, und das hat sich selbst ausgesucht, platissimus. Ja, wir werden acht Übungen machen im Supersatz. Das heißt insgesamt 32 Sätze für den Rücken und der Kali wird mich ordentlich schleifen. Das kann es sicher sein. So, los geht's mit Gim-Züge. Mit einem Supersatz Gim-Züge mit Ladzug im engen Griff. Super. Die erste Szene haben wir schon. Der zweite Satz ist Ladzug im engen Griff. Erster von vier. Der zweite Satz ist der Gim-Züge. Das ist schon ein bisschen schwer rein. Der zweite Satz. Ein bisschen brennen und ein bisschen. So, unser dritter Satz jetzt. Der dritter Durchgang. Gim-Züge. Ist schon los. Kunde Gunde, dritte Runde. Weiter geht's. Gim-Züge. 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 Die nächsten zwei Übungen machen wir auf den Maschinen den Leibzug im breiten Griff und den Leibzug im engen Griff. Und wie ist das Alter? Es wird nicht leichter sagen wir es einmal. Das Training geht enorm auf die Unterarme. Und wenn die vorher müde sind, dann greift er laut das, was er wohl will. So los geht's. Der zweite Durchgang. Ich habe jetzt noch 15 Jahre Zeit, dass ich in Cali seine Bestform unterwisch. Was hast du damals gemacht? Mit 47 Jahren? Mit 47 Jahren war die Vorbereitung für die WM. Da habe ich ein Gewicht von 107 Kilo gewohnt. Und Klimsüge war immer mehr stärker. 28 Wiederholungen mit 107 Kilo. Frei. Ja. Ja. Ja wir schauen ob ich da hinkomme. 15 Jahre. Naja das müssen wir Zeit haben. Wir müssen ja noch arbeiten dran. Ja. Also in der dritte Durchgang dich hinschauen. Hallo Michi. Erst machen wir jetzt den vierten Durchgang. Das sind die Unterarme schon ein bisschen nach. Halbzeit. Halbzeit. Und weiter geht's. Jetzt kommen unsere nächsten zwei Übungen an. Das heißt die erste. Im Seilzug in breitem Griff im Nackensägel. Die zweite Übung ist am Ladezug eng am Rudergerät. Da kommen wir halt weiter geht's! Ich muss ihr das jetzt verdienen Leute! Gerade die Scheine Wurzogschenk. Heute auf Damm gibt es noch Fette Pizza. Also das ist halt ein Lieblingsgebiet. Mehr als die Hälfte haben wir schon. Auch nicht. Das war aus der Früge. Das würde ich auch kurz sagen. Das ist... Ich will jetzt gleich nichts darüber sagen. Die Kali kann man auch schon nicht bescheißen. Vierten Tourkamp. Platz hoch. Vier 20 Sätze haben wir schon erledigt. Unsere letzten vier Sätze. Die erste Übung ist Rodan vorgebeugt. Der Rodan. Die zweite Supersatzübung ist am Kabelzug. Die Überzüge im Knien. Wir starten den zweiten Tourkamp. Wir haben noch ein bisschen was dazu getan. Weil Michael war das einfach gleich. Er hat ja da gespült, wenn er ihn kriegt. Also raus geht's. Vierte Tourkamp. Los geht's. So, Stefan ist mit dem nächsten Tourkamp. Komm mal an der Reihe. Los geht's. Acht. Zwei. 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 Jetzt haben wir noch etwas Gemeines überlegt für Michi zu seinem Geburtstag, 32 Wiederholungen Ich bin an der Verkleinzeugstation, aber viel Spaß, Michi 200er-minste Youtube, wie sie mit Schmerz Ich bin sogar, ich bin sogar, ich bin sogar und ihr meiste Ich bin sogar, ich würde mich sagen, ich bin sogar und ich deshalb Ich meine, ich bin sogar, ich bin sogar und ich bin sogar Zettel! Weiter! 22! Aus der Plan! 29! Au! Weiß ich's! Nichts, was? Geh mal! An! Auf, geh mal! Jawoll! Na, was hilft das? Neue persönliche Bestleitung. Kraftausdauer ist nichts für mich. So, nachdem wir ja ein Lad richtig aufpumpt haben, machen wir jetzt ein paar Ladposen. Michi! Haltissimus! Wollen wir richtig einspannen und erst ausmachen? Ja! Jetzt hast du richtig! So passt! Und? Ja! So passt! So Michi, wie fühlst du noch dein Monsterprogramm? Ja, die Unterarme sind definitiv aufgepumpt und es waren ja noch wenige Wiederholungen. Ja, 352! Also, wenn einer den Rekord nachmachen will, gerne eingeladen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt den Daumen nach oben und abonnierst unseren Kanal. So, zum Abschluss des schönen Tages gibt es jetzt noch Pizza. Einmal. Zweimal. Und du? 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 Und du?